Nein, das ist ganz klar ein Thema in der Branche und das ist ja auch der Grund, warum ich auch letztlich unseren Kunden klar mache, weshalb sie auch verstärkt immer mehr auf diese Digitalisierung setzen müssen, weil man merkt auch etwas weiteres, was da auch so passt, was du gerade formulierst, letztlich haben die ja alle ihre Handwerkersoftware auch und diese Handwerkersoftware ist ja heute nichts weiter als auch nur eine verlängerte Werkbank, das heißt, du gehst da rein und dann was macht er? Er kann direkt bei seinen Lieferanten, nämlich beim Großhändler schon direkt auch reinschauen, da hängen wir dann wieder in der Kette auch drin und da hinten raus kommen dann ja letztlich dann die Hersteller dann, getragen über die entsprechenden Handelsketten, die dazwischen sind und genau das ist der Punkt und je mehr das dann letztlich auch an Akzeptanz findet, je mehr Druck wächst aber natürlich auch auf die, ich sag mal Händler, also unsere Kunden, die wir haben, weil die einfach nachlegen müssen, sonst sind sie irgendwann genau da nicht mehr angebunden, weil die Schnittstellen, die gestern schon gemacht sind, die sind heute besetzt und die, die morgen noch zu machen sind.